Bhagavad Gita, Vers 2.22 Wie ein Mensch neue Kleider anlegt und die alten ablegt, so nimmt die Seele neue materielle Körper an und gibt die alt- und unbrauchbar gewordenen auf. Erklärung Dass die winzig kleine individuelle Seele ihre Körper wechselt, ist eine anerkannte Tatsache. Selbst einige moderne Wissenschaftler, die nicht an die Existenz der Seele glauben, aber zur gleichen Zeit die Energiequelle des Herzens nicht erklären können, müssen die fortwährenden Wandlungen des Körpers, von Säuglingszeit zu Kindheit, von Kindheit zu Jugend und von Jugend zu Alter, anerkennen. Nach dem Tode geht die Seele in einen anderen Körper ein, in welchem die Wandlung fortgesetzt wird. Dies ist schon im vorhergegangenen Vers erklärt worden. Das Eingehen der winzig kleinen individuellen Seele in einen anderen Körper wird durch die Gnade der Überseele ermöglicht. Die Überseele erfüllt das Verlangen der winzigen Seele, wie jemand den Wunsch seines Freundes erfüllt. Die Veden, wie die Mundaka Upanishad und die Shveta Shvatara Upanishad, vergleichen die Seele und die Überseele mit zwei befreundeten Vögeln, die auf dem gleichen Baum sitzen. Der eine Vogel, die individuelle, winzige Seele, isst von den Früchten des Baumes, während der andere Vogel, Krishna, seinen Freund beobachtet. Von diesen beiden Vögeln, obwohl in ihrer Qualität eins, ist der eine von den Früchten des materiellen Baumes bezaubert, wohingegen der andere einfach nur Zeuge der Aktivitäten seines Freundes ist. Krishna ist der beobachtende Vogel und Arjuna ist der essende Vogel. Obwohl sie Freunde sind, ist trotzdem der eine Meister und der andere Diener. Weil die winzige Seele diese Beziehung vergisst, wechselt sie von einem Baum bzw. Körper zum anderen. Die Jiva-Seele kämpft sehr schwer auf den Baum des materiellen Körpers, aber sobald sie sich damit einverstanden erklärt, den anderen Vogel als höchsten geistigen Meister zu akzeptieren, wie Arjuna einverstanden war, indem er sich Krishna freiwillig hingab, um sich von ihm unterweisen zu lassen, wird der untergeordnete Vogel augenblicklich frei von allem Leid. Sowohl die Katha-Upanishat wie auch die Shveta-Shvatara-Upanishat bestätigen dies. Obwohl die beiden Vögel im gleichen Baum sitzen, ist der essende Vogel voller Angst und Unzufriedenheit, weil er die Früchte des Baumes genießen will. Aber wenn er sich aus irgendeinem Grund seinem Freund, den höchsten Herren, zuwendet und dessen Herrlichkeit erkennt, wird der leidende Vogel sofort von allen Ängsten frei. Arjuna hat sich nun seinem ewigen Freund Krishna zugewandt und hört ihm zu, um von ihm die Bhagavad-Gita zu verstehen. Und weil er von Krishna hört, kann er die höchsten Herrlichkeiten des Herrn verstehen und von allem Leid frei werden. Arjuna wird hier vom Herrn der Rat gegeben, nicht um den Wechsel der Körper seines alten Großvaters und seines Lehres zu jammern. Er soll vielmehr froh darüber sein, ihre Körper in einem gerechten Kampf zu töten, sodass sie von allen Reaktionen auf ihre verschiedenen körperlichen Aktivitäten gereinigt werden können. Wer sein Leben auf dem Opferaltar oder auf dem geeigneten Schlachtfeld lässt, wird sofort von allen körperlichen Reaktionen gereinigt und auf eine höhere Stufe des Lebens erhoben. Deshalb gab es für Arjuna keinen Grund zu klagen.